Setz da hin und sei ruhig. Hör mal und, äh, Pennutz mich und P-Bagboy. Präsentiert euch die Spielung. So, klickst Daumen nach oben und klickst es bis zum Ende, sag ich dir. Sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Hauhde! 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 Sie prügelt an die Massen da draußen. Schönen guten Tag. Tausende von Leuten, die uns zujubeln hier, wieder bei Battlefield. Oh ja, Rap ist gut. Aber wir grünen erst noch ein bisschen. Ja, wir machen deutschen Rap. Wir freestylen gleich noch ein bisschen, Gabi und Icke. Cool. Können wir ja mit aufnehmen. Ja. Das ist verstanden. Ah, wir wollen erst mal so. Schick dir denn das Demo-Tape. Ja, ich gleite das dann direkt weiter an den Produzenten. Mach mal, ja, an BMG oder irgendwas, keine Ahnung. An den Produzenten. Mail Beats macht die Beats. Agro Berlin gibt es ja nicht mehr, glaube ich, das Label. Nö, wahrscheinlich nicht. Oh, ich will, dass die Superklasse haue ab, du Hure. Ach, nö, ach man, ach das finde ich, nö. So, okay, wunderschönes Wetter hier auf Schatten, das Giganten. Ein Traum wird wahr. Können wir das gleiche Auto hier nehmen, die wird schreckt ein. Ja. Und fahr mit. Okay, zu Befehl, voll der Oberbefehlshaber hier. Und los hier, du, mein Freund. Wir drehen aber erst mal eine Runde. Fahren mal außen rum. Ist ein bisschen sicherer, glaube ich. Mach mal, man denkt da hinten dran, hinten ist Wasser. Wohl, da ist Wasser, ja. Schwinde da, so. Wo willst du denn hin? E, F, war, war ja überhaupt gut. Und da F, machen wir mal wahr. E werden sie wahrscheinlich alle hin jetzt. Boah, A nehmen sie gerade ein, vielleicht sind sie auch hinten. Dann können wir erstmal eine hohe Ecke hin. Oh, da ist ein Scharfschütze in dem Haus. Ja. Direkt vor uns. Oh, 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 oh. Warte mal. Sehr gut. Einfach von hinten ran. Raus. Warum? Na, weil hier raus. Ins Haus. Wir hätten doch näher ins Haus ran gehen können. Ja, hätten wir. Und Toddynamit. Aha, voll das Arschlochkind. Ja, danke, sehr gut. Der ist hier oben drin. Warte mal, ich mach hier eine Haftmina an der Decke. Raus aus dem Haus. Oh Gott. Raus. Hm, der hat keinen Schaden genommen angeblich. Nichts. Hier, Polizio. Der war doch nur über uns. Sicher? Ja, hab ihn ja in der Killcam gesehen. Der ist hier oben. Da ist er. Tod, ja, wieder mit Dynamit. Eine Hure. Ist das krass. Jetzt ist er runtergekommen. Jetzt ist er hinter dir gleich. Pass auf. Tod wieder. Also bin ich dann behindert in dem Nebenraum? Jetzt rett er aus dem Haus. Jetzt ist er weg. Jetzt rennt er raus. Bin ich ein Assi? Das ist dann nicht. Wir haben Einsatzziel Albert. Ich spawnen direkt bei dir. Sorry, Leute, das ist... Ich hab den nicht gesehen. Ich hab ihn verloren. Oh, hier ist ja auch die Ternseuferhaus kaputt. Ne, Alter, ich bin ja selber schuld. Ich wusste, dass der oben ist. Und hab mich dreimal von dem töten lassen. Erwarten Ihre Befehle! Fältäbel! Das ist auch ein Kunststück. Denk mal, der wird in die... Das wird hier mal zu F. Der wird hier oben sein. Ja, der wird wahrscheinlich hier oben sein, ja. Querschritte. Bist du das hier oben? Ja. Ja, aber ich bin relativ ruhig. Dann ist der hier über... Jetzt kommt der hier reingerannt, die Hure. Aber ich warte, leg dir da ein Medipack hin. Oh, was war das da? Das war meine Haftmine. Oh, das ist... Das war jetzt clever. Ne, das war... Naja, das war halt... Ich wollte die ja runterwerfen. Ne, das war jetzt nicht... Ne, das... Ja, ja, das... Ne, das war... Nein, ey, komm jetzt... Warte mal. Du hast das so ungünstig weggesprengt. Ah, danke. Meine Güte. Ne, warte, bescheuert. Kaum, kaum... Kam kaum zu dir, meine Güte. Dann können wir hier... Kommt einer hoch? Mann, na endlich, dass ich nochmal was treffe hier. Achtung, Granate. Bleib mal hier oben in der Ecke. Hör sie doch. Heilung. Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass die dich... Da sind zwei unten. ...dass die dich wegspringt, wusste ich nicht. Da ist meine Granate ganz da unten. Bin ja unten. Serious. Kannst du mich wiederbeleben? Wenn ich den noch töte, ja. Wo ist denn, ja, wo ist denn die Leiche hier? Müsstest du mal schauen. Warte. Ja, sehr gut. Ja, tot. Jetzt kommt der natürlich. Ja, dann war die... Okay. Okay, ja, dann nehmen wir mal jetzt hier. Schlafen wir mal bei C. War ja wieder aufregend. Ja. Muss ich ja sagen. Ja. Nee, mit der Haftmine war wirklich keine Absicht. Ich dachte, du bist da eigentlich gesaved. Da oben. Die Haftmine reißt, wenn denn, bei alles weg. Aber kannst du ja dem Fehler wieder gut machen. Kannst mir einfach Munition hinwerfen. Wenn du bei mir dann... Die erste Haftmine war halt auch schon unglücklich, der kam halt genau rein, als ich die Haftmine wieder in der Hand hatte. Wollte die ja runterwerfen. Ja, dafür hast du ja sowieso ein Händchen. Also wenn es dafür Punkte geben würde, da glaub ich wärst du schon Level 100. 180 oder so. 180, obwohl es nur wahrscheinlich bis 150 geht. Oh, pass hier bloß auf die Sniper auf, ey. Brauchst du noch mal Munition? Wo bist denn du? Da bist du. Ich hab dich schon hingelegt da. Braucht mir Granate. Moped? Haben wir hier Moped irgendwo? Nein. Jetzt hab ich mir Granate. Wenn du versuch mal so CE zu latschen. Doch, hier ist ein Auto. Oh, ich hol dich ab. Wenn das mit der Schrottkarre noch möglich ist hier. Ja, doch. Ach du Scheiße, da vorne ist eine Artillerie-Wahn. Aber hier sind zwei Panzer von uns. Bist du denn? Ach du Scheiße. Oh Gott, was ist denn hier los? Was passiert hier, oder? Tot. Hinter mir. Ich kann mir ihn überfahren, gut. Du bist tot, ja. Oder wieder belübt. Soll ich dich abholen? Willst du mitfahren? Ich bin jetzt direkt neben dir. Ich stehe hier. Wo bist du? Da bist du. Neben dir. Okay, go, 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 go. Und ich werde beschossen, einfach nur weg. Ich bin tot, ja. Raus, raus, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin, oh Gott sei Dank. Scheiße, da sind so viele Leute von uns, ey. Ach, Mann. Ich habe nur gemerkt, dass wir immer mehr Dings verloren haben. Oh, hier sind sie alle irgendwo, war? Hinter diesen Hühlen, oder? Hüglos. Oh, krass. Was ist das denn? Oh, hier hoch, ey. Nächste gleich. Hier ist noch ein Jeep. Ja. Ich werde beschossen. Komm schnell rein. Nicht fahren, ich bin noch nicht drinnen. Mann, du. Warte, warte, ich bin noch nicht, wo ist der auf dem Beifahrersitz jetzt? Ja, jetzt, Gott. Oh, Mann, dass man da immer direkt an dem Sitz sich jetzt hinstellen muss, ey, ätzend. Raus. Oh, jetzt raus, okay. Hier ist eine Gasgranate. Ich bin raus. Nein, nimm noch nicht die. Warum hat er denn jetzt die? Hier ist Munition. Oh. Geh weg da, das ist meine Ecke. Da kommt wieder einer mit dem Moppet. Hä? Kommt denn die Gasgranate her? Oh, die Granate, wo kommt die her? Die lag die ganze Zeit da schon? Äh, irgendwie lag die da auf jeden Mal, ja. Und tot, Haftmine. Und tot, ja. Scharfschütze. Oh, Mann. Das ist ja hier schon wieder eine Aufregung. Jetzt sind drei Service-Stars mit der Haftmine, Robert. Nehmen wir mal ein Beispiel an denen. Geil. Das ist ja... Das ist ja nicht der Assi. Mann, also jeder Scheiß-Panzer, mit dem ich hier fahre, ist irgendwie in Schräglage. Ich schrieg. So, ich steck hier aus. Ja, ich glaube, ich bleibe hier nochmal ein Panzer drinnen. Das ist ja jetzt selber. Ey, du nimm doch mal den Punkt weiter. Fahrt den Punkt, du Nutte. Irgendjemand versteckt sich hier ohne. Ja. Ne, jetzt nicht mehr. Oh, der ist tot. Hier ist ein Motorrad. Wenn er immer noch einen Panzer drinnen hat, muss ich jetzt aktuell haben, sich hast du. Ne, irgendjemand hat das geklaut. Oh, die reden hier. Oh, da oben der Bomber schützt ab, glaube ich gleich. Wo fahrt ihr hin? Zur E, oder was? Ja, Richtung E. Das hat sich gerade auf dem Weg. Die ganzen Sniper funzeln da schon. Ich hasse ihn. Wo ist der hin? Schon kaputt. Ich denke, er hat bestimmt nicht abgesnipert. Klippt so. Mehr Monition. Verstehe ich nicht. Bleib da nicht stehen, wenn du beschossen wirst, du Hirsch. Oh, Mann. Ja, komm, wir sind in der Riewagen. Ich bin auch mal raus. Ich brauche ein bisschen Action. Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, ob die es richtig waren. Dann geht es weg, gleich wirklich gesnipert. Naja, das... Das könnte tatsächlich... ...sein. Ach, du Scheiße. Das ist ein Landkreuzer. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Oh Gott. Ich hab mal wieder einen. Was machen die beiden denn da? Also... Ja, jetzt lade ich nach. Also, das ist auch wieder nicht mein Ernst. Ich bin hier irgendwie auf dem verlorenen Posten. Kriegst du einen Anfall? Kriegst du das hier? Nee, dich kann ich nicht wiederbeleben. Tut mir leid. Na, warte doch. Das Sniper-Arschkind hat doch genau an den Baum da gehockt. Tatsächlich überlebt irgendwie. Bleib liegen. Er bleibt einfach nicht liegen. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Neu. Nein. Oh Gott, die ganzen Sniper. Oh, wir sind so alle. Wir sind sie alle. Ohne... Oh, du bist... Wie bist denn du da? Nee, komm. Bin ich ja ganz langsam... Bin ich ja ganz langsam irgendwie durchs Feld gekrochen. Ja. Und jetzt werde ich aber schon gesnipert, glaube ich. Hat der denn noch keine Granaten mehr? Oh, hier ist ein Panzer neben uns. Warte. Ja, voll. Bin mit eingestiegen. Komm, geh dich doch mal ein bisschen nach links. Ich sehe hier nichts. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, Robert hier ist. Ich bin jetzt hier bei F in einem Haus drin. Ja, ich komme mit. Warte mal. Bin jetzt ausgestiegen. Oh Gott, da vorne, da hocken nur Sniper. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Dude war. Ich habe da wieder eine Havtmine hingelegt. Ja, und tot. Leichte Abwehrgranate natürlich. Komma. Da ist er direkt draußen. Nee, er war oben auch noch einer. Ach, scheiße. Fuck. Sehr gut, hier sind noch ein paar Leute zum Spawnen. Kommt der Panzerzug. Okay, oder auch nicht. In dem Moment, wo ich auf Spawn drücke, kommt der Panzerzug. Wie fühlt. Wir könnten bei B spawnen noch schnell. Ach komm, ich spawn mal bei B. Ach du Scheiße, Robert, Robert. Nee, 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 nee. Doch, ich bin schon bei B. Nee, 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 nee. Also, ich bin nicht bei B. Das ist genau mein Problem gerade. Und mein Problem ist, dass ich bei B bin. Ganz alleine. Mit vier Gegnern. Oder drei. Die kommen ja gleich aus den Löchern gekrochen. Oh, nee. Oh, jetzt kommt ohne der Panzerzug. Bitte überseh mich einfach. Oh, Gottes Willen. Ach, du Scheiße. Hier. Jetzt ist hier, ich glaube. Wo sind die denn? Da hinten, oder was? Ich dachte, jetzt hier in der hässlichen Scheune. Hör doch auf, die mit den Granaten zu bewerfen. Geil, da hast du mir richtig viel abgezogen. Läuft bei ihnen. Also, ich kann hier absolut nicht raus, ich. Brauchst du denn? Na, geht doch. Hat jemand Munition bestellt? So, B haben wir. Ja, die kommen mit dem Moped, die hole ich ab. Ja. Von B. Mal sehen, wie lange ich brauche. Kann sich nur um Stunden handeln. Das ist bestimmt ganz schnell. Ja, genau. Ist klar. Wo bist du? Bei E? Bei F. Ach, du Scheiße. Der Bomber hat mich im Visier. Na, schön. Alter, du kannst hier nicht gerade fahren mit dem Ding. Ist unmöglich. Boah. Ja, ich werde ich aus dem Moped gesnipert. Ich sehe es jetzt schon. Ja. Ja, genau. Jetzt sind nämlich. Und raus. Kommen wir jetzt zu euch. Wann verpiss dich doch mal? Scheiß Moped. Bist du hier oben? Ah ja, da bist du ja. Runter, Robert. Da ist ein Sniper da hinten. Oh, oh. Hier, ich habe ein bisschen Munition übrig. Erobert das Ziel doch. Ich glaube, hier kommen sie auch gleich. Ne, ich glaube, mit der Haftmine lasse ich jetzt mal ausnahmsweise. Das wäre definitiv würdig denn mal begrüßen, die Entscheidung. Ich war kurz davor eigentlich. Ich komme jetzt mal zu dir. Ja, in dem Moment springst du runter. Wie geil. Mit dem habe ich da unten, der dich beschossen hat. Ah. Wo kommt denn die Granate her? So haben wir ja, wa? Können wir ja eigentlich... Ja, den habe ich noch. Das ist los auf der Platt hier noch lange nicht. Ne, ne, ich höre auch schon wieder Schritte. Oh, Panzer da hinten. Da kommt ein Panzer. Oh, oh. Oh, 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 oh. Aber da könnte ich mal meine Haftminen testen. Von dem Panzer. Wenn er die irgendwann nochmal aufnehmen würde. Das ist nicht sein Ernst. Nein, jetzt muss ich nachladen. Das ist der Nachteil an der Woche. Steck der wirklich ab. Der steckt nur von seinem Pferd ab, um mich zu töten. Das Moment kann man ein bisschen höher machen, glaube ich. Ist der Panzer da noch? Gibt ihr alle tot? Also, ich bin tot, aber ich könnte bei dir spawnen. Scheiße, ich habe den Moment verpasst. Das ist gefährlich. Trotzdem hättest du hier wieder die anderen zu nehmen. Scheißhäuser-Kampf. Die Sweeper. Ja, ich bin schon wieder den Moment verpasst. Rüber. Oh Gott, voll das Kamikaze-Einsatzkommando. Krieche unter den Waggon. Alter, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn das hier? Ja, das zeigt dir. Hier ist der direkt vor uns. Tod. Wiederbelebung. Ich war Sani. Ja, wo ist deine scheiß Waffe? Wo ist denn deine scheiß Waffe? Versorgungswaffe? Will der mich verarschen? Hier, warte. Hier. Hier, Kapsel. Warte. Ja, jetzt muss es schnell gehen. Habe ich. Alle, alle, ruhig. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Keine Panik hier. Hier, erste Elfe. Ja, das ist die Spritze wenigstens links. So wie sich das hier hört. Erste Elfe, nimm schon. Na, deine Waffe, glaube ich, die du auch oft hast mit dem Versorger, ne? Oder hattest. Hier, erste Elfe. Ich höre ein Panzer hier lang. Voran. Erste Elfe, greif zu. Der Panzer hier noch? Ich höre den auf jeden Fall, ja. Ah, ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten. Jetzt sehe ich einen Kappen markiert. Oh, was? Oh, was ist los? Was ist denn denn? Wie ist denn das? Ja, vor allen Dingen, wie er das überlebt. Das Auto ist direkt neben mir explodiert. Ich kann mich jeden Schatzpunkt hier noch. So, geil. Mann, steh auf. Erste Elfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Braucht jemand Erste Elfe? Oh Gott, da hinten kommt ein Reiter. Scheiße. Erste Elfe, greif zu, Mann. Oh, was macht er denn hier schon wieder? Oh Gott, da ist der Panzer. Auf der Hauptstraße. Oh, wieder tot. Weg. Komme. Da ist noch einer. Da ist ein Sunny vor meiner Reiche. Boah, hab ich. Gut. Du warst hinter mir. Ich dachte, den passt ich ja näher ans andere. Ne, ich war hier noch. Oh, da hinten ist der Panzer. Ah, ja, ja, ja. Ist das ein tweeter Panzer oder derselbe noch? Der Panzer hat den jetzt getötet. Alles klar. Ich steig jetzt mal ins Haus wieder ein hier. Und ich bin jetzt gleich tot, Robert. Oh, nee, hier ist ein Medi-Pack. Das heißt, du bist immer näher. Gut, gut. Ich bin in den Haus. Ich steig hier ein wie ein Einträcher. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Nee, warum? Ah, tot. Bin ich doch. Nein. Panzer. Schwerer Panzer. Oh, scheiße. Zweischwere Panzer, so, ja. Aber hier unten ist ja gleich vorbei. Wir haben Einsatzziel David verloren. Du bist hier noch wahren. Dann spawnen ich nochmal bei dir. Hier, Munition! Oh, da hatte ich gerade jemanden besnipert. Okay, ich hatte doch richtig gesehen. Ich war mir nicht sicher. Pff, was? Braut ihr jemanden Munition? Ich habe aber auch Munition. Ja, zack. Ja, ne meine. Braut ihr jemanden Munition? Danke, komm mal. Ja. Jawohl. Haben wir den nochmal eingenommen? Oh, da hinten ist der Panzer. Da hinten kommt wieder ein Panzer. Ei, 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 ei. Das ist kein Auto, wa? Scheiße. Doch, da hinten ist ein Moped, oder? Ja. Oh, man sieht den überhaupt nicht, wenn der da in dem scheißdunklen Loch da haust, du. Der hat jetzt echt hier drunter festgefahren. Will der mich verarschen? Ah, kommst du nicht raus mit dem Ding? Ach, leck mich doch. Krass. Feindlicher Panzer in Sicht. Ich möchte Munition. Feindlicher Solde abgesichtet. Ja, den Fotz-Sniper da hinten, den würde ich mir gerne noch schnappen. Oh, geil. Bei dir ist Ron sofort tot. Was? Geil. Ja, naja. Jetzt bin ich auch tot. Aber war ja keine schlechte Runde, glaube ich. Nee, war okay. Auf jeden Fall. Boah, jetzt gewinnt, jetzt ist, jetzt, also wenn nicht mal mehr Armiens jetzt hier, dann ist wirklich was schief hier mit dem Spiel. Also, ich hab für Armiens gevotet, ja. Ich auch, ja, aber... Jawohl, das wird Squad mal wieder. Sehr gut. Na ja, mach mal Krieg im Ball, sei auch nicht so schlimm. Na, geht noch. Na, hier, geht doch. Gebra, voll, benutzt mich, yes. Endlich mal wieder. Weiter und es ist der dritte. 13, 6, 14, 5. Gut. Ja, siehste, komm, spiel ich mit dem alten Pad wieder hier, gleich mal wieder auf dem zweiten gelandet. Übrigens ist der Ns G bei irgendwas in der 370. Ja, jetzt, der war aber mal bei 410 oder sowas. Immerhin. Ja, ja, aber... Und jetzt ist 8. Ja. Ach so. Ach so. Gut, Freunde, bin wir ab wieder für heute. Video sehen. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.